Im Rahmen eines QA auf Social Media verriet Iris ihren Fans, wie ihr absoluter Traummann aussehen würde. Neben den Eigenschaften Treue, Ehrlichkeit, Herzlichkeit und Verständnis sei ihr auch wichtig, dass ihr neuer Partner Kinder- und Tierlieb ist. Außerdem soll er Humor besitzen, nicht aggressiv oder geizig sein und in der Lage sein, seine Gefühle zu zeigen. Sollte mich nicht verändern wollen und starke Nerven muss er auch haben, ergänzt die Mutter von Jenny Frankhauser, 31. Einen bestimmten Typ Mann habe sie jedoch nicht. Iris verrät, mein Herz hatte bisher immer entschieden. Es sei ihr zudem völlig Wurst, ob er Millionär oder Tellerwäscher ist. Ein absolutes No-Go wäre es, wenn ein Mann den ganzen Tag mit anderen Frauen schreibt und Bilder anderer Frauen auf Facebook legt. Damit zeige er, dass andere ihm besser gefallen und strecke seine Fühler aus. Das ist schon der Anfang vom Ende. So, nun wolle sie es jedoch langsam angehen lassen und sich erst einmal auf ihre Freunde und Familie konzentrieren. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin erklärt, Zur Zeit möchte ich gar keinen kennenlernen. Die Frage nach dem passenden Nachnamen beschäftigt die 56-Jährige nach wie vor. Mein Mädchenname mag ich nicht, so Iris. Auch eine erneute Heirat scheint für die Reality-TV-Teilnehmerin ausgeschlossen zu sein. Am liebsten würde sie jedoch den Namen Katzenberger, den auch ihre Tochter Daniela, 37, trägt, annehmen. Ob ich den Namen wieder annehmen darf, habe ich noch nicht herausgefunden, berichtet die Mutter Dreierkinder auf Instagram. Als eine Followerin bestätigt, dass dies möglich sei, antwortet Iris, dann werde ich irgendwann wieder Katzenberger annehmen. Dann werde ich in – 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 Vielen Dank.